Hallo meine Lieben Zockfreunden Willkommen zurück zu Let's Play Toys X Wir setzen hier gleich fort und wir sind ja nun in Singapur Und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird Ah, diesen Raum kennen wir ja noch Okay, langsam und bedacht Scheiße Ah, Mann Okay Okay Die Kanatten würde dir besser mir geben Ich würde die wenigsten Sinnvolle einsetzen als ihr Wow Okay 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 Ne, brauchst du nicht Nein Mann, Mann, Mann Das war doch so knapp So knapp Noch einer wäre es gewesen Okay Okay Nochmal ganz von vorne Ähm Das war's Ich bin dein Leyme Ich bin dein Leyme Ich bin dein fixier Das war doch Ich bin dein Ding Okay Okay. Oh, nee. Wow. Wow. Haltet mal die Füße still. Okay. 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 Scheinbar waren das alle. Okay. 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 Stuhlstufe 4 Habe ich da etwa den Zugangscode Topfrag 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 Ok Jetzt ist die Frage Wir scheinen hier keine Keine Mission zu haben Ok Hacken Ah 1 5 0 4 Zugriff Hey, runter auf den Boden Raus aus meinem Labor Hey Leute wie Sie haben hier keinen Zutritt Freut mich auch Sie zu sehen Dr. Colvin Was? Warten Sie Ich kenne Sie Sie waren Serifs Sicherheitschef Ein schöner Beschützer sind Sie Vorsichtig Doc Ich bin beim Versuch Sie zu retten fast gestorben Oh Und jetzt sind Sie hier um mich zurück zu holen Tja, vielleicht will ich das ja gar nicht Vielleicht habe ich hier ja mehr als ich was Serif je hätte Würde Vasily Sevchenko das auch so sehen? Sie haben ihn umgebracht und seine Leiche weggeworfen Das ist nicht wahr Glauben Sie mir Oder haben Sie diese Mörder so sehr manipuliert, dass Sie gerne Ihre Spielzeuge basteln? Das war kein Spielzeug Es Es war ein Software Upgrade Das die Funktion eines Biochips begrenzt Sie sagten mir es dient der Massenkontrolle Ist Vasily wirklich tot? Haben Sie die Leiche gesehen? Das was davon übrig war Oh mein Gott Ich hätte auf ihn hören sollen Dr. Colvin Was Ihre Kollegen angeht Wo sind Sie? Wo ist Dr. Reed? Eric und die Clan sind auch hier Aber wir dürfen uns nicht sehen Dr. Reed ist in einem Sicherheitsbereich schwer bewahrt Dann muss ich die Wachen loswerden Lenken wir sie ab Wie wäre es mit einem Laborunfall Sind Sie dabei? Nach allem was diese Schweine Vasily angetan haben? Natürlich Aber ein kleiner Zwischenfall in diesem Labor wird nicht reichen Nein, aber wenn noch ein paar Labors hochgehen Gleichzeitig The Clan und Eric Natürlich Interessante Idee Mr. Jensen Ehrgeizig, aber riskant Das Timing wird entscheidend sein Ich koordiniere den Angriff Aber Ihnen ist klar, dass das Ganze auch nach hinten losgehen könnte Ich bin kein Mauerblümchen, Mr. Jensen Aber es könnte ein anderes Problem geben Sie orten Ihre GPLs, oder? Ich hab mich schon gefragt, wie wir das Problem umschiffen Sie sind ein kluger Mann Genau wie Vasily Er wollte Ihre Ordnungs- und Störprotokolle mit einem Virus deaktivieren Vielleicht wissen The Clan oder Eric mehr darüber Okay Warum soll der trauen? Ja, hör mal, Leute Wir vertrauen der noch Ich habe Eric Koss noch nicht gefunden, Dr. Colvin Wissen Sie, wo er festgehalten wird? Er arbeitet in einem Labor im zweiten Stock Es gibt einen Aufzug, der sie zu ihm bringen könnte Der ist allerdings im ersten Stock Und ich hab gehört, die komplette Etage ist abgeriegelt Andererseits, mit Ihren Neuroimplantaten finden Sie bestimmt einen Weg Okay Und Dr. Faraday scheint nicht in diesem Gebäude zu arbeiten Wissen Sie, wo er sein könnte? Ich denke, er ist nebenan im Biomech-Labor Aber Sie müssen nicht raus, um zu ihm zu kommen Die beiden Gebäude sind über eine Brücke verbunden Versuchen Sie es damit Okay Okay Warten Sie auf mein Signal, Dr. Colvin Wenn Ihr GPL vibriert, fingieren Sie den Zwischenfall Verstanden Und, äh, tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe Okay Okay, nun müssen wir Declan Faraday und Eric Kuss Irgendwie auftreiben Okay Ah Also gut, wir haben da Ne, lass mich raus Und jetzt Türen zu Nicht, dass jemand da noch, ähm, auf die Schliche kommt Na gut, die wissen eh schon, dass ich hier bin Nimm die Knarre nach vorne Nein Man weiß ja nie Okay Was hat sie gesagt? Ah, das scheint die Brücke zu sein Ah Biomech Labo Biomech Labo Oh Ähm... Ja, super! Alle Löchen? Waren wir hier schonmal? Okay... Ach, lass mich doch raus! Aufzug! Moment mal, ich hab da eine Idee! Ja, scheint zu gehen! Wenn wir uns unsichtbar machen! Okay... Ähm... Elektroschockpfeile braucht kein Mensch! Das Schmerzmittellink... Ähm... Dann entscheidet's ja nicht sonderlich gut zu gehen! Ja... 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 Ja...